Ich wollte früher selber Medizin studieren, hat leider nicht geklappt, aber das Interesse ist geblieben und wenn ich jetzt selbst behandelt werde, dann will ich mich nicht. Was hast du auch in der Klo-Arbeit gemacht oder in irgendwas? Als Sozialarbeiter, ja. Genau. Da war Sozialmedizin mit drin, aber nur als ganz kleines Nebenfach. Also machst du den Wachung rein? Genau. Und wir hatten die Extensoren gemacht, da war die Wirkung allerdings beim letzten Mal so gering, dass wir da jetzt die Dosis wieder ein bisschen erhöhen. Okay. Noch ein kleiner Hinweis an der Unterseite von dem Unterarm, da ist auch irgendwas im Busch, da müssen wir auch mal noch beigucken oder mal abtasten. Das kann ja die Ideale spritzen, ne? Genau. Das ist noch nicht ganz fertig. Achso. Und wir hatten immer einen Muskel gehabt, der hier unten war, ne? Ja. Genau. Genau. Piu. Bewegen Sie mal die Finger ein bisschen. Ja, erst mal können wir lauter lachen. Na. So. Bewegen Sie mal. Ja, das ist das große Problem. Also es geht, aber es ist sehr anstrengend. So, der Fuß. Ja, der ist hier.